Hey Tennos, jetzt mit dem Rework von Sarin ist auch ein Sarin Deluxe Skin Collection rausgekommen. Bedeutet einfach, da sind jede Menge Skins drin, einmal für Sarin ein Skin, dann ein Skin für die Zoren und noch einen neuen Anhänger für die Melee-Waffe. So sieht der Sarin Skin aus, also ich persönlich finde, er ist ganz cool, vielleicht nicht das geilste, aber man kann einiges draus machen. Dann hätten wir hier noch den Zoren Skin, da sieht man hier die Waffe, beziehungsweise man erkennt nicht mehr, welche Waffe das ursprünglich war. Und hier unten seht ihr das Sugatra. Also sieht doch schon relativ cool aus. Was mich bei den Zoren Skins jetzt ein bisschen stört, es gibt ja auch schon andere Steam Skins, äh nicht Steam Skins, aber von der Community gemachte Skins. Und ich persönlich finde leider, die sehen besser aus. Wenn wir mal das hier vergleichen, naja, Geschmackssache halt. Aber dieser Skin ist auf jeden Fall auch sehr cool. Und wenn man sich das ganze Skin-Paket kauft, es passt einfach perfekt zur neuen Sarin dazu. Ähm, ja, zeige ich euch gerade mal, was man noch mit der Sarin machen kann. Also wenn man es farblich anpasst, kann dann zum Beispiel sowas rauskommen. Und was man hier jetzt wissen muss, man kann wirklich extrem viel über die Energiefarbe regeln. Also wenn ihr hier schon mal seht, ich ändere nur die Energiefarbe und der komplette Schimmer dieses Frames ändert sich. Weil wenn ihr hier hinschaut, hier sieht man ja so einen schönen Prisma-Schimmer eigentlich auf dem Frame jetzt. Den Helm habe ich jetzt den Arcanen drauf, aber beim Helm sieht man das auch ganz extrem, die Energiefarbe. Zeige ich euch gerade. Und wie gesagt, da kann man wirklich extrem coole Sachen aus diesem Frame machen. Ich würde euch empfehlen, holt euch dieses Skin-Paket oder auch nur den einzelnen Warframe-Skin, weil das ist nur für begrenzte Zeit erhältlich. Könnt ihr hier gerade sehen. Begrenzte Zeit, denn nur der Seren-Skin kostet 165 Platin und das ganze Paket kostet 200. Heißt, ihr zahlt 35 Platin drauf, bekommt den Soren-Skin und noch das Sugatra. Kann man wirklich nichts dazu sagen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt mal zeigen, was man aus diesem Frame so machen kann mit diesem Skin und ich kann es euch nur empfehlen. Holt euch den, den wird es später nicht mehr geben.